Was ist, wenn ich dir sagen würde, du kannst mit Twitter Geld verdienen? Ja, mit dieser komischen Social Media Plattform. Und dabei kannst du ziemlich gutes Geld verdienen. Von ein paar hundert Euro im Monat bis hin zu ein paar hundert Euro am Tag und viel, viel mehr. Denn diese Person hat als Ghostwriter letztes Jahr knapp 200.000 Dollar verdient. Indem er eben Tweets für Venture Capitalist geschrieben hat. Er hat das Ganze zuerst als Side-Hustle gestartet mit nur fünf Stunden Arbeit pro Woche. Und das Ganze systematisiert hochskaliert, sodass er in einem Jahr über 200.000 Euro verdienen konnte. Und dabei mit möglichst wenig Arbeit. Die Variation war relativ groß. Manche haben ihn pro Tweet bezahlt, manche pro Monat. Und manche für einen einzigen Tweet knapp 100.000 Dollar. Und das Ganze hat er verdient, indem er ganz einfach Tweets wie diese hier erstellt hat. Das sind eben lange informative Texte zu bestimmten Sachverhalten und Nischen. Das Ziel ist es eben, möglichst viel Mehrwert und Value zu geben, sodass es potenziell mehr Kunden, mehr Follower und auch mehr Leads anbringt. Und diese langen Texte nennen sich Threads. Und für solche Threads sind einige Twitter-Nutzer bereit, sehr gutes Geld in die Hand zu nehmen, um dir zu bezahlen, dass du diese Threads und Tweets für sie schreibst. Und damit quasi ihre Follower steigerst, ihre Kunden und ihre Leads. Und in diesem Video möchte ich dir eben diesen noch relativ unbekannten Side-Hustle vorstellen, wie du das Ganze starten kannst und dich bei dem Prozess Schritt für Schritt durchführen, was letztendlich möglich ist und wie du das Ganze auch selber machen kannst. So, was sind denn überhaupt diese Threads und warum sind Leute bereit dafür, Geld zu bezahlen? Je nachdem, wie du persönlich Twitter nutzt oder ob du es jemals genutzt hast, kannst du es als pure Zeitverschwendung nutzen für jegliche Arten von Unterhaltung oder theoretisch kannst du es wirklich als Goldmine für jeglichen Research oder Infos zu bestimmten Sachverhalten nutzen. Ich persönlich nutze Twitter seit einigen Jahren. Ich habe vor allem angefangen in der Krypto-Zeit mit Twitter zu interagieren und habe nach und nach mehr und mehr Infos dazu gesammelt im Thema E-Commerce, Agency, allen möglichen Aspekten, die mich persönlich interessieren und weiterbringen. Und wenn du weißt, wem du letztendlich folgen sollst und mit wem du interagierst, kannst du dabei extrem viel lernen und dich voranbringen. Dementsprechend haben das auch andere erkannt und Twitter ist mittlerweile eine sehr gute Social Media Plattform geworden, um eben seine Personal Brand zu stärken und wachsen zu lassen, Follower zu gewinnen und natürlich mehr Leads und Kunden zu gewinnen. Und das ist einfach, indem man Mehrwert an die Follower zurückgibt. Denn das ganze Kernprinzip funktioniert danach, dass du Mehrwert gibst in langen, informativen Texten zu bestimmten Sachverhalten wie zum Beispiel SaaS, Software as a Service, Krypto, Investment, Venture Capitalism, E-Commerce, Agentur, Marketing. All diese Aspekte kannst du eben dafür Tweets und Threads für diese Creator, für diese Personal Brands erstellen und denen helfen neue Follower, neue Leads und Kunden zu gewinnen. Und dafür sind natürlich einige bereit, gutes Geld in die Hand zu nehmen. Je nachdem, je nach Nische, kann eben so ein Kunde extrem viel wert sein. Paar tausend, paar hundert oder paar fünfstellige Summen im Monat für diesen jeweiligen Personal Brand. Und wenn zum Beispiel deine Tweets ein bis zwei zahlende Kunden bringen, dann sind natürlich selbstverständlich solche Personal Brands bereit, wirklich gutes Geld zu zahlen von 500 bis in theoretisch zu 2.000 Euro im Monat für deine wertvollen Tweets. Aber das Ganze wird je nachdem variieren von der Personal Brand, mit dem du Zabar überlässt, von deiner Qualität der Threads und wie viele du letztendlich schreiben musst. Wie fängst du jetzt letztendlich damit an, Twitter-Ghostwriter zu werden? Als erstes steht die Nischenwahl und die Nischenrecherche an. Hier sind einige Beispiele von den profitabelsten und besten Nischen, wofür diese Dienstleistung sich am besten eignen würde. SaaS, also Software as a Service, Entrepreneurship, Fitness, Marketing, E-Commerce, Agentur, Sales, Crypto, Venture Capitalism, Investing, Trading und natürlich viele mehr. Aber das sind meines Erachtens nach die besten Nischen, für die du spezialisieren kannst. Ich würde dir auch empfehlen, deine Nische basierend auf folgenden Faktoren auszuwählen. Natürlich einerseits eine Profitabilität für den Kunden und für dich, dass die Kunden auch wirklich für diese Dienstleistung zahlen wollen und gut zahlen können. Aber auch natürlich, dass diese Dienstleistung für die profitabel wäre. Es ist wichtig, dass du deine Nische richtig wählst, und du wirst viel Zeit für die Recherche, für deine Inhalte brauchen. Denn du musst ja schließlich Qualität liefern, damit du auch Kunden für deine Kunden liefern kannst und damit du natürlich dein Geld verdienen kannst. Also weder deine Nischeweise nach Expertise, Erfahrung oder zumindest, dass du neugierig in dieser Nische willst und da auch viel lernen willst. Der nächste Schritt wäre, gute Twitter-Influencer zu finden, diese zu abonnieren und diese kleinen Katalog, kleine Liste zu erstellen von potenziellen Kunden, aber auch, damit du eben diese Thread-Strukturen analysieren kannst. Warum hat es diese Creator jetzt insbesondere viral gemacht? Was hat denen dazu gebracht, dass ihre Tweets viral gehen und zum Wachstum beigetragen haben? Dann kannst du eben diese analysieren, studieren und hast quasi einen Überblick, wie so ein Thread in dieser Nische aufgebaut ist. Jetzt geht es an den nächsten Schritt, denn wir müssen jetzt schließlich potenzielle Kunden kontaktieren. Und dafür braucht man natürlich erstmal einige potenzielle Kunden. Du kannst das Ganze natürlich selber über Twitter einfach machen, in der Suchleiste eingeben, wie zum Beispiel SaaS oder E-Commerce und bestimmten Keywords nach deiner Nische filtern. Und das kannst du natürlich machen, um erstmalig ein paar Kunden zu finden, ein paar potenzielle Leute, die von dieser Dienstleistung profitieren könnten. Aber es gibt da draußen bessere Wege, um das Ganze ein bisschen schneller und effizienter zu gestalten. Dafür würde ich zum Beispiel die Software Tweet Hunter nutzen. Das gibt dir quasi einen großen Überblick an möglichst vielen Tweets, insbesondere Tweets, die viral gegangen sind in deiner Nische, je nachdem, nach welchen Keywords du gefiltert hast. Die Versprechen eben, build and monetize your Twitter audience fast. Das hilft dir einfach, erstens Kunden zu finden, aber auch bessere Performance für deine Kunden zu bieten. Das Ganze kannst du kostenlos testen, aber es wird dann früher oder später auch kostenpflichtig sein. Aber wenn du das Ganze angehen willst, lohnt es sich definitiv. Sobald du dir eben einen brandneuen Account angelegt hast, kannst du dich für eine Nische und für bestimmte Thematiken herauskristallisieren und herausfinden, define your topics. Ich habe jetzt Personal Branding, Digital Marketing, Entrepreneurship, Audience Building Productivity jetzt vorerst genommen. Dann klicken wir auf Next. Dann werden sie basierend auf deinen Angaben und deinem Twitter-Profil eine kurze Zusammenfassung erstellen. Dann kannst du hier ein paar Sachen hinzufügen. Ich fülle das jetzt einfach hier mal aus. Und dann erstellen sie basierend darauf verschiedene Tweet-Ideen für dich und verschiedene Tweet-Follower, die du eben analysieren kannst und eben durchschauen kannst. Und was wir jetzt hier zum Beispiel machen können, ist, wir können hier potenzielle Tweets analysieren, schauen, warum die eben so gut performt haben und potenziell auch diese Leute in eine Liste hinzufügen und auch dann potenziell kontaktieren. Denn das könnten Leute sein, für die wir eben diese Tweets und Threads übernehmen. Ich würde dir empfehlen, erstmal eine Liste von 50 bis 100 potenziellen Kunden für eben dein Twitter-Ghostwriting zu erstellen mit LinkedIn, E-Mail, alle möglichen, dass du sie auf möglichst vielen Wegen kontaktieren kannst. Hier ist natürlich Quantität sehr wichtig, denn es wird dir nicht jeder zurückschreiben und umso mehr du eben kontaktierst, umso höhere Chancen hast du eben einen potenziellen Kunden zu gewinnen. Und ein Kunde ist dir ja extrem viel wert. Denn zum Beispiel, wenn du selbst nur 500 Euro als Kunde bekommst, dann ist es natürlich wichtig, wenn du diesen über mehrere Monate hältst. Und es ist auch wichtig, dass du direkt so ein 2 bis 3 bis 6 Monate Vertrag mit ihm ausmachst, denn es wird ja schließlich brauchen, damit du Performance für ihn einlegen kannst. Und ein Kunde ist dir in dem Sinne nicht nur 500 wert, denn zum Beispiel für drei Monate ist es dir für dich automatisch 1.500 wert. Eine weitere Option, um Kunden zu gewinnen, anstatt Kalterquise zu machen, ist eben, dass du selber deine Personal Brand über Twitter aufbaust und selber kontinuierlich zum Thema Twitter-Wachstum eben dein Twitter-Feed strukturierst. Und somit zeigst du, dass du weißt, wie Twitter-Wachstum geht. Du wächst deinen eigenen Content und deine eigene Plattform organisch, baust deine Personal Brand auf, positionierst dich als Experte und dann werden dich Leute automatisch selber kontaktieren, vor allem, wenn du besondere Offers an den Tag legst. Das wird natürlich Zeit und Energie brauchen, aber long-term wird es sich auszahlen. Sobald wir an den Kontakt kommen, kommt jetzt eben der Pitch, denn wir wollen ja schließlich unsere Kunden closen. Das fand ich eine super Veranschaulichung, was einen guten Pitch letztendlich ausmacht. Wir können es einerseits persönlich machen, wie zum Beispiel hier, I read your thread on how mental and physical fitness goes hand in hand. This is extremely true and I wish more people understood this. I want to help you write great fitness content on Twitter. Mental and physical fitness is important to me. It's a big focus for me. I read and talk a ton about it. Somit, personalisieren wir jeden Text für jeden Kunden und machen es natürlich persönlicher und lukrativer, interessanter für unseren potenziellen Kontakt. Es hilft auch dazu, wenn wir Tweet-Notifications für alles von diesen potenziellen Kunden anhaben und möglichst viel mit ihrem Content interagieren. In der DM schreiben, Kommentare dalassen. Wir wollen zeigen, dass wir präsent sind und uns für sie interessieren und quasi unseren Namen bekannt machen. Eine weitere Methode, die ich sehr gut finde, Hey buddy, I wrote this thread for you, how to fix bad posture in six steps. Somit geben wir direkte Value und Mehrwert vorab und er kann diesen Thread direkt nutzen und schauen, wie es für ihn ankommt. Für ihn ist minimales, wenn ich überhaupt, irgendwelches Risiko und wir geben ihm direkt Mehrwert und er kann schauen, wie unsere Qualität ist. Dauert natürlich mehr Zeit und Energie, diese Threads für potenzielle Kunden zu schreiben, aber mit ChatGBT4 geht das eigentlich ganz leicht. Dann haben wir einen Zero-Risk-Offer, finde ich auch sehr gut, dass man das Ganze eben 30 Tage für sie lang testet. Wenn es ihnen gefällt, bleiben sie dran. 30 Tage lang, 0 Euro, ist für sie kein Risiko dabei. Low-Effort-CTA, fand ich jetzt nicht so gut. Want to give me a chart, aber vielleicht wächst es eventuell die Neugier. Also sowas in der Art kann auf jeden Fall sehr gut performen und dafür gibt es zahlreiche gute Kunden, wo ihr eben dieses Angebot dementsprechend anpassen könnt. Wie sieht das eigentliche Pricing aus? Pricing haben wir schon etabliert. Das hängt letztendlich von deiner Qualität deiner Arbeit ab, deinem Portfolio und wie viele Tweets du letztendlich verfasst. Nicht jeder braucht jeden Tag einen Thread oder einen Tweet. Ein bis drei gute Threads reichen meistens. Selbst nur ein guter Thread ist deutlich besser als jeden Tag drei bis vier mittelmäßige Threads. Also Qualität ist umso besser. Also lerne wirklich, was die Threads und Tweets viral machen und wie du am meisten Mehrwert zutragen kannst. Noch besser ist zum Beispiel, wenn du bereits etabliertes Portfolio hast, wenn du schon ein paar Creator zum Wachsen geholt hast, dann hast du natürlich deutlich leichteren Close, wenn du zeigst, ich habe diesen und diesen geholfen, so seine Personal Brand über Twitter wachsen zu lassen. Er hat so und so viele Follower dazugewonnen, so und so viele neue Kunden gewonnen. Ist natürlich deutlich leichter, den zu close'n und kannst auch dementsprechend dann mehr verlangen. Zu Beginn bist du weniger verlangen könnt, wie zum Beispiel 50 bis auch 100 Euro pro Thread. Das ist, denke ich, definitiv eine realistische Summe, wenn du gute Qualität abliefern kannst. Dieser Freelancer auf Viver verlangt zum Beispiel 120 Euro für einen einzigen Tweet. Und ich kann mir durchaus vorstellen, wenn du das ein bisschen länger machst, machst du deutlich bessere Qualität und konntest dabei schon einige Kunden und wie wir es bekommen. Er hat noch zwei weitere Pakete, einen für 1.000 Euro für monatliches Management und da sind nur fünf Posts dabei. Das könnt ihr auf jeden Fall besser und billiger und schneller machen. Ihr könnt natürlich zusätzlich deren komplettes Twitter-Management übernehmen, von den DMs, Angeboten und auch einzelne Tweets zu erstellen, nicht nur Threads und dafür natürlich höherpreisig verlangen und euch langsam hocharbeiten. Verschiedene Nischen werden natürlich verschieden viel zahlen. Eine Fitnessnische wird weniger zahlen, als zum Beispiel eine SaaS- oder Agenturnische, die mehr von solchen Kunden profitieren könnte, da eben das höherpreisige Kunden teilweise sind. Ein wichtiger Faktor haben wir jetzt natürlich noch und zwar das Schreiben von diesen Inhalten und Threads. Den ersten Punkt, den ich euch als Tipp und als Rat hier mitgeben würde, analysiert und studiert die erfolgreichsten Threads. Mit TweetHunter, Bookmarkt, die besten Tweets, geht die wirklich durch. Warum sind die so erfolgreich? In welchen Aspekten haben sie Mehrwert wiedergegeben und wie könntest du so einen Erfolg replizieren? Gab es vielleicht ein kostenloses Bundle, was sie letztendlich damit interagieren mussten? Vielleicht ein kostenloses Goodie, um ihre Personal Brand wachsen zu lassen? Das sind viele, viele Möglichkeiten und Strategien, die du letztendlich implementieren könntest und studieren musst. Noch dazu musst du diese Nische studieren und lernen. Das Ganze kannst du natürlich am besten machen, von dem du wirklich diesen Twitter-Influencern folgst, diesen selbsternannten Experten und natürlich viel zu diesem Thema auf YouTube interessierst und Content konsumierst. Um natürlich gut im Schreiben zu werden, musst du eben die Arbeit reinstecken, um das Ganze zu erlernen. Also wirst du viele Tweets schreiben müssen. Das kannst du theoretisch für andere kostenlos mal austesten, kleinere Profile versuchen hochzubringen oder natürlich selber dich als Personal Brand erstmal voranzubreiben, das Ganze zu erlernen, was letztendlich auf Twitter gut ankommt und nicht. Und du wirst eben diese Struktur erlernen, um zu schauen, was gut funktioniert, was nicht so gut funktioniert und was gar nicht funktioniert. Und einen kleinen Tipp noch, falls du jetzt sagst, okay, schreiben ist jetzt nicht so meine Power, aber du hast diese Inhalte oder du weißt, wie du diese Inhalte zusammenbringen kannst und du brauchst aber dennoch einen kleinen, kleinen Helfer. Dann kannst du natürlich ChatGPT, insbesondere ChatGPT4 nutzen und das kann dir helfen, extrem gute Texte zu verfassen und dann bist du quasi nur noch der Proofreader, der Controlreader und das lohnt sich definitiv und hebt dich somit schon viel, viel höher hinaus. So, das soll schon auch zu diesem Thema gewesen sein. Ein super spannender Dichmatik, wie du letztendlich mit Twitter Geld verdienen kannst. Also eine Methode, die ich jetzt so noch nicht auf YouTube gesehen habe und ich dachte, ich muss die mit euch teilen, denn es ist definitiv eines der besten und leichtesten Wege, ein paar hundert bis paar tausend Euro nebenbei zu verdienen. Das Ganze kannst du ganz bequem mal Side Hustle starten, brauchst kein Startkapital, Vorwissen hilft, aber kannst du dir genauso gut auch aneignen. Dann ist es letztendlich nur ein Numbers Game, möglichst viele kontaktieren und irgendeiner, wenn du gute Qualität und ein gutes Angebot hast, wird schon Ja sagen. Ich hoffe, euch hat diese Strategie gefallen. Wenn ja, lasst dran gerne einen Like, Kommentar und Abonnement. Da würde mich sehr freuen und dabei unterstützen, falls du weitere Videos zu anderen Inhalten, wie zum Beispiel ChatGPT Online Geld verdienen oder vielleicht neue Strategie, vielleicht verschiedene Webseiten kennenlernst, wie du Geld verdienen kannst online, dann schau dir dieses Video an. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.